Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content, es ist Sonntag und die EA gönnt uns heute was richtig Nices. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute die Kampagnen Mix Player Pick SPC am Start. Da können wir Road to the Final, wie auch Future Stars, wie auch Centurion Spieler drin ziehen. Und wir fragen uns natürlich Top oder Flop. Wir werden mehr heute hier in diesem Video davon machen, außerdem eine kleine Brugel SPC, die auf den Namen Keine Angst hört, mit einem Mega-Pack, 35k-Set, quasi for free, untradeable und komplett out of nowhere, eine out of position SPC. Dante als Stürmer am Start, Freunde, wie witzig ist das denn? Das werden wir natürlich auch besprechen hier heute in diesem Video. Bleibt also gerne bis zum Ende dran, gerne Watchtime da lassen, würde mich extrem unterstützen. Und falls ihr generell meine tägliche Arbeit hier auf dem Channel unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und zwar mit einem Daumen nach oben, geht ganz, ganz schnell. Lasst euch kurz hier eine Sekunde Zeit nehmen, Daumen nach oben da lassen, 400 Likes, wie viel als Ziel raus. Ja, und wir gerne natürlich reinschreiben in die Kommentare, falls ihr den Player Pick gemacht haben solltet, was ihr drin hattet. Wie gesagt, das greifen wir gleich alles an. Wir werden meinen öffnen, welche auch aus der Community. Also, es wird sich lohnen. Ja, gerne kostenlos auch ein Abo da lassen und Dankeschön an dieser Stelle auf jeden Fall für euren Support. Gehen wir kurz in die Puzzle-SPC, dass wir die abgehakt haben. Die ist wirklich absolutes Muss. Die müsst ihr definitiv machen. Für 35k-Sets müssen wir nur elf Spieler abgeben. Sieben davon müssen Goldspieler sein. Mindestens neun seltene, ja, und mindestens 31 Teamspiele. Ich bin jetzt hier komplett in die Premier League gegangen, wie ihr sehen könnt. Und dann eben einen aus der englischen vierten Liga am Start. Ich habe jetzt auch zehn Goldspieler. Ja, aber das ist überhaupt kein Problem, Freunde. Davon hat man genug auf der Transferliste. Mindestens zwei Ligen müssen dabei sein und mindestens vier aus derselben Region. In meinem Fall jetzt hier logischerweise, wie ihr sehen könnt, natürlich die Engländer. Also, das ist auf jeden Fall eine SPC. Diesen Muss, macht sie auf jeden Fall direkt mit dem 35k-Set nicht verpassen. Dann geht es weiter und zwar mit dem Kampagnen-Mix. Das habe ich euch gezeigt. Seht ihr, hier ist ein Player-Pick aus drei. Road to the Final, Future Star und Centurions. Das Ganze ist oder wird refreshed in zwei Tagen noch einmal. Ist einmal wiederholbar und läuft eben in vier Tagen ab. Und ihr müsst zwei Segmente dafür abgeben. Das ist zum einen der 83er-Grader-Squad und zum anderen 85er mit dem Team of the Week. Also, sehr, sehr ähnlich zu der Combat-SPC von gestern. Ich finde es aber legitim. Preislich sind wir dabei auch 100k im Endeffekt. Vielleicht ein bisschen mehr als 100k. Aber finde ich auf jeden Fall völlig legitim. Zwei Packs kriegen wir noch zurück. Das ist ein Gold-Pack und ein Prime-Gemisch-Spieler-Pack. Und anfangen wir mit dem 85er-Grader-Squad. Hier gebe ich jetzt komplett untradable Futter ab. Ihr seht, 84er. Wir haben zwei 87er. Der Rest ist 84er-Grader-Grader. Und das ist auch das Lowest-Ratete, was wir abgeben. Also, ich kann es kurz zeigen. 84er mit 83er können wir nicht mehr swipen. Und das ist tatsächlich dann alles, was wir abgeben müssen. Für ein Prime-Gemischte-Spieler-Pack. Und das holen wir uns natürlich an dieser Stelle auch mal ab. Bevor wir gleich in den 83er-Grader-Squad gehen, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier rein in die zwei Packs. Zum einen in das erste Pack, wie gesagt, aus der Player-Pick-Squad. Und natürlich dann das Mega-Pack aus der Puzzle-Squad. So, was haben wir jetzt hier? Erstmal kein Duplikat. Das sehe ich schon mal immer sehr, sehr gerne. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und dann das Mega-Pack 82 Plus garantiert. Falls es also ein Duplikat sein sollte, können wir das direkt einmal in der 83er-Grader-Squad nutzen. Und hier haben wir jetzt Belgien, ein ZM. Oh mein Gott! Und die Bräune! What? 91er, die Bräune, out of nowhere! Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Walkouts immer auf der linken Seite rauskommen. Deshalb hatte ich jetzt überhaupt erstmal gar keine Panik am Start. Let's go, Freunde! Das ist auf jeden Fall ein gutes SPC-Futter. Denn für die, die länger mit dabei sind, die wissen, ich habe Team of the Year, die Bräune als untradable. Insofern brauche ich dann den 91er definitiv nicht. Und da seht ihr, wieso ich das Pack geöffnet habe. Zwei 83er mit Chimenez und Zulea, die wir hier schon mal direkt als Duplikate nutzen können. Also wir sehen uns jetzt direkt in der 83 plus SPC direkt wieder. Ja, und so schnell kann es gehen. Also erstmal das Mega-Pack mit 91er, die Bräune extrem gegönnt. Und hier sind wir jetzt in der 83 plus SPC. Also, beziehungsweise 83er-Graden SPC. Nochmal ein Gold-Pack. Und eben dann den ersten Player-Pick hier im Video, Freunde. Kampagne-Mix-Player-Pick. Die Frage der Fragen, lohnt es sich oder eben nicht? Ich denke an Centurion Neymar. Mega, wenn wir den ziehen sollten. Wie können wir den ziehen, ey? Wir gehen rein in das erste, in drei, in zwei, in eins. Drückt die Daumen, Freunde. Let's go. Abfahrt! Okay, wir haben von jeder... Wir haben zumindest von jeder Version einen am Start. Einmal Road to the Final, den wir schon haben. Kalulu, gar nicht mal so bad. Und Bastoni haben wir auch. Wobei ich denke, ich glaube, oder ich meine, den hätten wir sogar noch tradable am Start. Lasst uns mal gerade reingehen und Kalulu abchecken. Ich meine, wenn ich nicht... Oh, der ist bei 78k. Aber ich glaube auch jetzt so aus der Idee heraus, dass der wahrscheinlich trotzdem mit seinen 78k... 17k ist Tutor, ja. Der wird ja wahrscheinlich auch rausfliegen mit Frankfurt und Bastoni ist bei 18k. Also in dem Sinne haben wir hier auf jeden Fall noch einen guten Pull. Und ganz ehrlich, für meinen Serie A-Squad gar nicht mal so schlecht. Kalulu, da können wir uns gar nicht darüber aufregen. Ähm, 1,84 Körpergröße. Wir haben 88er Reaction-Stat und den kriegst du mit dem Encore auf jeden Fall auf ein gutes Level. Äh, insofern kann ich mich hier überhaupt nicht beschweren. Klar, hätte es besser sein können. Aber ich finde, wir werden ja gleich noch in mehrere reingehen. Dafür, das ist das erste Wahl, gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt noch zum anderen Thema, und das ist Dante. Die 88er Tempo 91-Schutz-Version. Out of nowhere. Einfach, wie gesagt, jetzt eine Stürmer-Version. Mein erster Gedanke, und den werde ich euch mitteilen, jetzt ist folgender. Wieso noch einen weiteren Offensivmann in der Ligue 1? Viele werden Mbappé, POTM am Start haben, gerade in der Offensive. Sie werden Neymar haben, sie werden Messi haben, und so weiter und so fort. Also offensiv gesehen, Benjeda, POTM kam raus. Viele Benjeda-Versionen gibt es schon. Gerade in der Offensive gibt es eigentlich in der Ligue 1 wirklich einiges. Und da stellt sich die Frage, brauche ich da noch einen Dante? Erstmal vorweg, einen Innenverteidiger im Sturm zu spielen, das spricht eigentlich schon dafür, dass es einfach, ja, in erster Linie eine Fun-Karte ist. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von EA. Was ich sehr, sehr nice finde, ist folgendes, und zwar, dass wir erstmal zwei Wochen Zeit haben für die SPC. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wobei man sich die Frage stellen muss, braucht man so eine Karte jetzt am 12.3. in FIFA? Und dann eher doch nein. Man muss es, glaube ich, eher auf der Spaßschiene sehen. Zwei Segmente sind es. Wie die aussehen, schauen wir uns gleich an. Hier sehen wir erstmal drei Sterne Spezialwirkung, fünf Sterne schwacher Fuß, hochgeringe Arbeitsraten, die dürften auch auf jeden Fall geändert worden sein. Ein Stürmer, Mittelstürmer kann er eben dann spielen. Und dann sehen wir ordentlich Pace. Also ein, der eben nicht pacey ist, ordentlich pacey gemacht. 91 Schuss mit 95 Schusskraft. Das ist schon geisteskrank. Ja, und sonst sehen wir auch sehr, sehr ausgeglichene Stats. Physis ist ordentlich da. Ich meine, er ist 1,89 groß. Das ist auf jeden Fall, ja, ein Bulle dann da vorne drin. Außerischschuss bringt er mit Power-Kopfball und Führungsstärke. Also da dürfte er, glaube ich, auch Eigenschaften auf jeden Fall erneut bekommen haben. Und jetzt die Frage, was müssen wir da abgeben. 83er zum Anfang mit einem Brasilianer und 84er mit einem Ligue 1. Ganz ehrlich, das sind wahrscheinlich 75k. Jetzt mal so grob geschätzt. Ich meine, es gibt noch kleine Final Packs zurück, zwei Stück, die man sich wahrscheinlich sparen sollte. Ich glaube, das ist ein 50-50-Ding. Entweder sagt ihr, okay, ich gehe für Spaß, mache ich ihn und gehe rein. Oder ich sage, nee, nee, also ganz ehrlich, meine Ligue 1-Offensive sieht schon so gut aus. Die 70, 75k vielleicht, spare ich mir dann eher für etwas anderes. Also ich kann da auf jeden Fall beide Seiten nachvollziehen, falls ihr euch das jetzt fragt. Insofern, ja, völlig, völlig legitim. In den Zielen ist heute nichts Neues am Start. Und im Shop haben wir jetzt noch das Set natürlich aus der Player-Pack-Geschichte, das Gold-Pack, auch wenn es Neues ist. Wir hatten eben Packlack mit De Bruyne, da können wir uns nicht aufregen. Klar ist er untrailable, aber wie gesagt, das SPC-Futter sehr, sehr big und sehr, sehr nice. Also das Gold-Pack hat leider nicht gegönnt. Und dann damit gehen wir jetzt kurz zum Vergleich noch zu Dante und dann gehen wir auch weiter, wie versprochen, natürlich eben in die Player-Picks. Also hier, was Toni nochmal hatte ich eben aufgerufen, 18k eben nur wert. Dante ist hier direkt vorne am Start. Klar, der hat natürlich seine linkbare Möglichkeiten mit Atal beispielsweise. Da können wir auch gleich kurz darauf eingehen oder fangen wir jetzt direkt mal mit an. Da gibt es natürlich den ein oder anderen Nizza-Spieler, den wir natürlich schon released bekommen haben. Ich denke vor allen Dingen an Barclay, auch out of position, entweder die ein oder die andere Version. Ramsey hatten wir als Objective draußen. Einige TOTWs, die ihr sehen könnt. Wir hatten Thuram draußen, Future Star, Pepe hatten wir rausbekommen, Atal eben. Und dann gibt es natürlich, was gerade den Klub betrifft, natürlich einige linkbare Möglichkeiten. Bleiben wir aber kurz in der Liga. Und da brauchen wir euch eigentlich gar nichts vormachen. Da wisst ihr Bescheid, dass die Offensive eigentlich eben anders aussieht. Jetzt auch mit den neuen Heroes. Sergio Ramos in der Defensive. Also wenn ihr ein Serie A-Squad habt, kann ich mir vorstellen, dass ihr da schon auf jeden Fall anders besetzt seid und besser vor allen Dingen. Ja, bleiben wir aber jetzt mal bei Dante. 70k, ja, ich habe gut geschätzt. 75k ist er es dann wert. Ja, und das Gute ist halt, wie gesagt, er hatte vorher einfach 40 Pace. Wir gehen mal auf jeden Fall um 3 Sterne, 4 Sterne und jetzt einfach 5 Sterne schwanger Fuß. Auf so eine Karte ist natürlich sehr, sehr nice von hierher. Also muss man sagen, wie es ist. Der Tempo-Boost, fast 50 Pace drauf. Schutz, im Endeffekt ist alles geboostet, bis auf die Def logischerweise. Da wurde natürlich was weggenommen. Sonst, wenn der natürlich auch eine gute Def hätte, dann wäre es ein guter ZDM. Aber sonst seht ihr alles mega geboostet. Und ich glaube, da brauchen wir auch gar nichts drüber sagen. Agility und Balance ordentlich geboostet, natürlich. Das ist natürlich, also guck mal, der ist so schon 90er Stürmer. Was packt man da drauf? Wenn ihr auf Pace gar keinen Wert legt, einfach Deadeye drauf. Just for fun in Hunter. Ist ja einfach 93er Stürmer. Also da kann man, glaube ich, Preis-Leistungs-Messe sich auch nicht aufregen. Und deshalb, glaube ich, bin ich bei der Schere von, ey, wenn ihr wirklich Bock habt auf die S-Karte, geht rein, macht es, ja. Aber wenn ihr sagt, nee, nee, komm, das erspare ich mir. Brasilien-Link ist ja übrigens auch da mit Name-Out-Co und so weiter und so fort. Entweder lasst es sein oder ihr macht es. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Lasst uns noch kurz zur Startseite gehen. Da sehen wir schon die ein oder anderen Karten, die wir hoffentlich gleich ziehen. Trent Alexander-Arnold, Reus, die Centurions. Dann haben wir ein paar schon die Fantasy, nicht Fantasy-Geschichten, die Future-Stars natürlich. Und dann haben wir noch die Road to the Final. Der Raspadori wäre natürlich auch eine nice Geschichte. Oder Fofana. Den habe ich tatsächlich schon untrailt am Start. Also da gibt es auf jeden Fall einige, die man da ziehen kann. Nochmal kurz zum SPC-Überblick. Wie sieht es da eben aus? Mix-Geschichte. 112k, also leicht teurer als 100k. Ähnlich wie eben Gomez. Fast ähnlich teuer. Der Team of the Week ist quasi noch der Unterschied. Dann haben wir hier das Mega-Pack. Das auf jeden Fall machen. Und Dante, wie gesagt, für mich ein 50-50-Ding. Lasst mich da auch gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Also damit rein in die nächsten Player-Picks und let's go. So Freunde, nächster Player-Pick steht an. Oh, Vitinja. Den habe ich tatsächlich auch an Trailable. Den hätte ich auch nicht ziehen dürfen. Der ist sehr, sehr nice. Lamella, Felipe Andersson hast du schon. Also ich würde jetzt tatsächlich auf Vitinja gehen und ich könnte mir vorstellen, dass der auch noch ordentlich was wert ist. Im Vergleich zu den anderen Vitinja ist bei, ja, fast 200k noch. 194k stand jetzt. Also der ist auf jeden Fall ein Big. Gute, gute Player-Pick-Geschichte. Rein ins Dritte und let's go. Ja, Freunde, und da ist der Dritte. Einmal zu viel A gedrückt. Und da haben wir dann das Ganze auch schon offen gehabt. Bani Achill. Wir haben Fred und Quarela. Ich denke, da ist es auch sehr offensichtlich, auf was man geht. Natürlich auf eine geile Fred-Karte. Es sei denn, man braucht einen Innenverteidiger. Es gibt ja gerade mal so wenig Innenverteidiger. Noch eine andere Alternative. Also auch das ein relativ nicer Pull. Wobei ich mich frage, wo ist der aktuell preislich? Das würde mich mal gerade interessieren. Ich gucke es mal gerade nach. Wir haben den damals für 400k verkauft. Der ist immer noch bei 277k. Also sehr, sehr nice. Und das ist auf jeden Fall eine Allrounder-Maschine. Big one. Also, Forster, Forster, Brasilien, Premier League. Was willst du mehr? Rein ins Vierte. Und weiter geht's. Diesmal. Van de Veen, Horny Alba und Celebo. Also da bin ich jetzt mal ganz... Da würde ich jetzt aus Prinzip auf Alba wetten, dass der am meisten wert ist. 92k. Aber der Rest... Ist der noch was wert? 19k und Van de Veen auch safe nicht. Wir haben halt so viel Innenverteidiger, ne? Oder generell defensiv, Leute. Das ist crazy eigentlich. 16k nur noch. Also, Horny Alba und Abfahrt. Also, was wir auf jeden Fall schon mal festhalten, ist, dass die Picks sehr, sehr gut zu sein scheinen. Und da ist Lukas Mura. Alter, das ist nicht der Ernst. Da fühle ich mich ja mit meiner Auswahl schon schlecht. Lukas Mura. 70k. Oh, hätte ich gedacht, dass er jetzt teurer ist. Nur bei 70k. Ich hätte ihn mindestens auf 100 geschätzt. Aber gut. Alright. Scheinen viele zu ziehen, denn er war auf der Startseite. Rein ins Nächste. Ja, Freunde. So seht ihr es. So schnell geht es. Also, das ist Wahnsinn. Ich habe schon vergessen, dass sie natürlich rausgeflogen sind gegen Mailand. Habe ich jetzt gerade im Kontext komplett vergessen. Da haben wir direkt zwei Mailänder, wo wir drüber reden. Ich würde gerade aus Prinzip schon sagen, das ist der schlechteste, den wir bis jetzt hatten. Also, Vinicius. Safe. Der wird nichts mehr kosten. Als ZDM. 29k tatsächlich dann doch noch. Rebic ist bei. Oh, das lädt ja immer so ewig. 24k. Ja, und Stelemakers hatten wir ja eben. Also, da ist es im Endeffekt auf jenerste mehr Bock. Susa oder Rebic. Und da geht es direkt weiter. Der nächste Player Pick steht an. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr angefangen zu zählen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Pick wir sind. Also, schauen wir mal rein, was das Ganze jetzt hier gibt. Da geht das Ganze auf. Und wir sehen. Oh. Fehlt an Torres. Der noch rettet im Endeffekt, oder? Torres. Aber der dürfte auch gut runtergegangen sein dann im Endeffekt. 55k nur noch. Also, Freunde. Miranda? Maybe. Miranda hat ja die Chance noch im Endeffekt. Wo ist der denn aktuell? Die Live-Karte. 54k. Würde ich wahrscheinlich auf Miranda dann gehen. Ist die Frage, worauf du Bock hast. Oder dann doch ein Torwart-Messier. Wobei, Torwart ist halt immer nur Torwart, ne? Auch kein guter, kein guter, keine gute Auswahl. Rein in die nächste, würde ich sagen. Ja, das ist halt das Ding. Barca ist raus. Miranda ist halt noch drin. Deshalb würde ich da auf Miranda auf jeden Fall gehen. Jetzt aber last but not least. Wieder Rebic. Wieder Lamella und wieder ein Fred, Freunde. Was ist das? Perfekter Abschluss. Zweimal Fred gezogen. Besser geht es nicht. Macht die Player Pick. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr daraus gezogen habt. Und mich würde es freuen, wenn wir uns dann morgen wieder sehen. Aktiviert also gerne die Glocke. Euer Flo von Archie Gaming. Und euch noch einen entspannten Abend. Ciao, Leute.